Herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Mein Name ist Enrico und ich muss dringend zum Friseur. Ich sehe schon wieder aus wie ein Stück Scheiße. Also eigentlich wie immer. Dann ist ja eigentlich alles beim Alten. Es ist ein Tag vorher, es ist eine Motorshow. Wir wollen eigentlich morgen dahin. Ich habe noch nicht mal einen Flug gebucht. Und generell, weil wir nach Warner sind fliegen, ziemlich weit weg genommen oder gar keinen Flug gebucht und kein Hotel. Juhu. Ja, weil hier noch viel zu tun ist und viele Sachen geklärt werden müssen. Aber ich konnte gerade eine Sache klären. Ein Schlüssel fehlte. Und das habe ich jetzt aufgerollt und auch finden können und konnte den Kunden mitteilen, dass wir den jetzt versenden, weil der hier falsch einsortiert wurde. So, heute geht es nämlich weiter mit unserem wunderbaren, wunderschönen Siemer BMW. In Mora Metallic ist übrigens die Farbe. Wer es noch nie weiß. Vielen Dank daher. 160. Auf einmal macht es so wie so. Und dann. Kannst du richtig zuhören, wie das Radlager gehimmelt wurde. Tschüss. 55.000 Kilometer Radlager. 30.000 Kilometer Motor. VW halt. Aber dennoch muss ich dir ganz ehrlich sagen, sind wir mit dem Auto zufrieden. Es gibt, bis auf das mit dem Radlager, keinen größeren Grund zu meckern. Aber so ist das immer. Stell dir vor, es hat mir jetzt den nächsten verkauft. Ja. Der fährt damit auf die Autobahn. Zack, bumm, zerfliegt das Radlager. Und wer ist der dumme? Natürlich der Autohändler. Immer. Da ist es. Das ist mein kleines Sexobjekt. Ja, das Bratstück. Kunde, ich liebe dieses Kraftfahrzeug. Auch dieses. Da haben wir jetzt endlich die Blechteile. Juhu, wir haben alle Blechteile. Und morgen, nee, nächste Woche geht es zum Lacken. Da spachtelt der Holm alles zu und dann wird übergerotzt. Nein, er geht zum Karosseriebauer. So, ja. Apropos, das ist übrigens ein 47i aus 96. Modellpflege. Einen hat er ja schon mitgenommen. Es gab ja später nochmal einen. Ich glaube 98, 99 oder 2000 oder wann das war. Wo dann hier die Scheinwerfer hier nochmal so ein bisschen wie geteilt sind. Ist ganz ehrlich, haben viele auch geschrieben Bau um, Bau um, Bau um. Und da ist es auch auf gar keinen Fall, Alter. Die sehen aus, als wäre das ein Raucherhaushalt gewesen, als hätte er 30 Jahre lang in da drinnen gerucht. Kunde, so sieht das aus, oder? Völlig vergilbt. Ja, wie so eine WBS-70-Platte, wo Oma und Opa drinnen 40 Jahre lang gerucht haben. Und nicht immer die Gardinen gewaschen. Genau so sieht das aus. Da riechst du schon zwei Etagen unten drunter, dass dort gleich die Miefbude kommt, wenn du die Treppe hochgehst. Gut, das müssen wir also machen. Wir haben hier viel vor. Ich will, dass das Auto, ich meine es jetzt wirklich ernst, dass das Ding hinterher aussieht wie ein Neuwagen. Räder aufgearbeitet, Lack gemacht, Innenausstattung gemacht, Scheinwerfer, Zierleisten. Das ist mein Ziel. Und fahren wir so auch. Ja, nie typisch wie Autohändler. Nur ein bisschen Blender und ein bisschen Fertig-Übergewicht. Fertig. Und dann gib ihn. So, komm, wir gehen mal hier in die Disco. Hallo! Bitte die Musik, Leiser! Wir wollen jetzt kommen mit dem Zimmerbimfe. Wo ist eigentlich Emi und die Detektive? Emi und die Detektive, der versteckt sich hinter den Autos. Wo ist er denn? Da. Da! Das ist Emi und die Detektive von Erich Kästner, sein Sohn. Nicht. Nee, der junge Mann ist bei uns im Kfz-Bereich tätig, deswegen hat er so eine coole Weste an. Als Kfz-Meisterle. Er soll uns hier helfen, die Strukturen besser zu legen. Das heißt, jede Karre, die reinkommt, wird angeklotzt, beschnarcht, funktioniert, probegefahren. Und genau dasselbe machen wir, bevor das Auto den Kunden übergeben wird. Damit da ein sauberer Prozess stattfinden kann und wie genug Leute haben, die das abfedern können, ist jetzt Emi da. Hube geht jetzt nicht. Willi! How does it work, Junge? Kriegst du es hin? Alter! Hast du schon Stromensky irgendwie dran? Strom. Ja. Luft. Achso. Strom brauchen wir, um dieses Auto zu bewegen. Oder willst du ihn gerne schieben? Hast du Strom in der Halle? Luft haben wir bloß 1,5 jetzt, ne? Reicht doch, Junge. Reicht, ja, zum reinfahren. Wir wollen ja jetzt damit noch nicht bis nach Rom fahren, sondern... Ach, fahren wir mit nach Rom? Ja, damit fahren wir nach Rom. Achso. Dann trinken wir eine Flasche Bier und fahren wir wieder nach Hause. Aber das klingt gut. Achso. Hey, an der Batterie lag es nicht, da ist keine drin. Aber ein Booster geht auf. Scheiße. Wir hatten doch damals nur von dem Q7... Ja, die Batterie geliehen, ja, ja. Die Courseraise-Car. Hier sieht man auch, dass da noch gar nicht lange stand und vor allem nicht draußen. Ja, ich denke auch, dass der... Das kommt gut, ne? Deswegen machen wir unser lieber Stefan... Mach den Asch mal richtig sauber. Dann gucken wir, was dann übrig ist. Lackkarus-Riemen-mäßig. Also, was vom Auto übrig bleibt. Vier Reifen. Was vom Auto übrig bleibt. So. Willst du mal Zimmer-BMW fahren? Achso. Da denkst du, du hast den Landingmann gefallen, ne? Dann bin ich ja schon so eine Scheißkache, Alter. Was will ich mit dem alten Dreckschleuder hier? Kommst du zu ZU recht? Ja. Ich finde das so geil. So, also heute eigentlich schon im Video geht es übrigens darum, dass wir heute mal drunter gucken wollen und schauen, wie sieht denn die Bude überhaupt aus. Er läuft wie nicht ernst, Gunne. Was geht? Männer läuft. Haha, da ist er! Da ist er! Willi macht schon mal den Sitz in den 12-Grad-Winkel? Ja? Da sitzt man am 7er drin. Geile Scheiße, Junge. Geile Scheiße. Hier ist auch eine fette Beule drin. Jo. Weißt du, was wir machen? Hab ich noch nie gemacht. Lackschicht gemessen. Schon mal einen Lackficker. Gab's ja wieder Hate, Junge. Weil wir zu viel sechseln und meine vulgäre Aussprache. Der Lackficker. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Achso, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich versuche ja schon, ein bisschen mich zusammenzureißen. So. Also die Leute, die uns schon lange bei YouTube folgen. Wissen das. Was wir jetzt hier eigentlich machen, ist Bestandsaufnahme. Wir messen jetzt mal die Lackschicht, weil das haben wir noch nie gemacht. So, wir schätzen jetzt mal ein Prozent. Wie viel Originallack ist auf dem Auto noch drauf? Ein Prozent. 100 Prozent. 90. 70. 40. 10. Also das Dach ist schon mal nicht nachlackiert. Ich konnte erst 70 sagen. Ich glaube, ich glaube 60. Ich sage, der ist 80 Prozent nicht nachlackiert. Okay. Okay? Gut. Ich habe noch nie gemessen. Wir haben das Auto noch nie gewaschen und noch gar nichts gemacht. Wir nehmen ihn jetzt zum ersten Mal hoch auf die Bühne. Bevor ihr ihn hochnehmt, messen wir ihn mal schnell durch. Na? So geht das. So. Die Tür ist nachlackiert. 222. Denkt man es nach, das ist poliert. Ja, das hat Folie. Das ist Spezialfolie. Die bleibt auch drauf. 267. 88. So. Das ist nichts nachlackiert. Nur die Tür hinten links erst mal. Heckdecke nicht nachlackiert. So. Alter, jetzt wird es richtig wild. Zeig mal her hier. Nein, auch nie nachlackiert. Seitentank rechts ist gemacht. Ja. Warte mal, stopp. Aha. Nein, ist nie gemacht. Hier oben, nur im oberen Bereich, also Höhe Tankdeckel. Mhm. Okay, also die Hälfte der Seitenwand. Ja. Hinten rechts. Nichts lackiert. Also die Tür, Beifahrerseite auch gut. Kohlfügel gut. Haube gut. Sieht man auch. Ist ja ordentlich Gesandstrahl, der Kollege. Mhm. Kohlfügel links nachlackiert, das hat man auch gesehen. Guck mal hier. Fachmännisch gemacht. Könnte ich gewesen sein. Super Übergang. Das ist rein. So ist aber offensichtlich mal hier nur hier vorne mit Spraydose gemacht worden. Kennst du noch so die ATU-Lacke aus der Dose, die du kaufen kannst aus dem Regal? Du wahrscheinlich jetzt nicht, aber ich. Habe ich öfter mal gekauft. Ähm. So. Also. Kohlfügel bis hier vorne. Auch ganz klar abgegrenzt. Deutlich zu sehen. Ja. Tür hinten links. Seitenteil hinten rechts auf der Hälfte. Das war's. Also 70, 30. Ich sage mal. Es ist ja bloß hier ein Drittel des Kotfügels. Ich sage 80% nicht nach Hartzett. Und Willi? Wollen wir? Abfahrt. Abfahrt. Hoch. Bis sie überall drunter ist. Gut. Der Willi ist nämlich unser Kfz-Meisterlehrling. Erstmal nur Lehrling. Erstmal nur Lehrling. Ja, Willi hat gesagt, pass auf. Bevor ich auch so ein überstudierter, verrückter wäre, der in irgendwelchen... Wie heißen diese? Wir setzen uns alle zusammen und saufen Chai-Latte und tun sowas. Würden wir arbeiten in so einem komischen Café? Ingenieure? Nee, nicht Ingenieure. Wie heißt denn das? Coworking Space. Ja. Coworking Space. Bevor da irgendwie sein Dasein frisst, hat er gesagt, nee Alter, ich mache nochmal was ordentliches mit meinem Leben. Ich werde Kfz-Mechaniker, mache dann die Meister hinten dran und rasiere dann das ganze Schrauber-Business. Stimmt's, Willi? Ja. So und nie anders. So und nie anders. Du hast gerade eine leichte Kritik an Heimweh getragen. Kunde, egal was du hier für ein Schwachsinn laberst, der Nächste fühlt sich angegriffen. Es ist zu geil. Reicht dir das? Nee, noch. Okay. Na dann, Willi, du willst uns da eigentlich hier rumführen? Willst du ein Mikrofon haben? Alter, das ist immer eine geile Ölwanne. Stimmt's schon? Das ist es schon. Was hängt denn hier eigentlich Schönes? Na ja. Na ja. Lambada-Soße. Ah. Das war mal so hier, ne? Ist es, ist es hier. Das war mal so, ein gedachtes Lambda-Sönchen. Das sondiert nichts mehr. So, hier hat man doch schon mal dezent geschweißt. Lachen nicht? Ist überhaupt nicht witzig. Eigentlich sieht es ja so aus. Ich hab was Gutes gefunden. Wir mussten halt doch mal Katzen hier rein. Ich würde eher sagen, die Katzen sind not, äh, die könnten auch am Möben Katz sein, die klassischen Einzeller. Wer kennt sie nicht? Okay. Was hast du denn gefunden? Ui. Man hat es ja zwischenzeitlich mal als Müll immer benutzt. Bäckermüll. Nee, das ist kein Müll. Nein, das ist Johns Provisorium. Ach, das warst du. Das stimmt. Das ist isoliert. Das ist Papp, das ist isoliert. Okay, alles klar. Ich hab wieder was gelernt. John Hohmann. Wenn er bastelt und tüftelt. So sehen beim John Hohmann alle Autos aus. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ach, das war ja das. Alter, hier weißt du gar nicht, wo du anfängst und wo du aufwärst. So gut isoliert ist nie jedes andere. Ja, konserviert. Das Ding ist so ölig, ja. Hier rostet nie wieder irgendwas. Also hier kann man nur eins machen. Erst mal ein neues Lima rein, mal neues Öl, neue Kerzen, dies, das Ananas. Haarwerk müssen wir neu machen. Da hatte ich sowieso vorher komplett. Und dann halt alle Lenker tauschen hier. Die sind eh alle müde. Hier ist eh alles irgendwie eklig beröst, glaube ich. Hier ist eh alles pupsig aus. Und wenn du das dann eh mal auseinander hast, kannst du das wahrscheinlich auch irgendwie mal, weiß ich nicht, zum Pulvern geben oder sowas. Den Achskörper hier, weißt du? Ja. Dann sieht das so wieder schön hier aus. Die Lenker neu. Die Buchsen alle neu hier. Vom Stabi. Und dann halt die Öl-Undichtigkeiten. Auf jeden Fall Ölwaren ist im Motto hier oben. Drüber läuft es auch raus. Der Klimakompressor sieht auch müde aus. Naja, hier ist, denke ich, einiges zu tun an dem Wagen, ne? Nie zu erwarten, ne? Nie zu erwarten, ne? Nie zu erwarten. Aber ganz ehrlich, ich sag's dir so, das ist auf den ersten Blick. Sieht's doch gar nicht so gut aus. Wie war das? Lallige durfte man schlagen bis zum zweiten Leier, ne? Richtig. So steht's ja im Handbuch. Ne, geht's. Abgasanlagen wollen wir sowieso bauen, neu. Und zwar... Das letzte Mal wurde hier was gemacht, 2000. Ja, das kann sein. Weil seitdem stand das Ding ja mehr oder weniger. Steht hier jedenfalls auf dem Bremsschlauch. Hinten gibt's noch ein paar neue Dämpfer rein. Naja. Aber die Reifen sind echt gut, oder? Die sind gut. Sind die auch schon volljährig? Und zwar in der Zeit hat man schon extra Regenrillen rein. Ja, das ist ein High-Performance-Renn-Regenreifen. Das sind die Wasserableitungen, diese Rillen hier. Damit das Wasser besser weg kann bei 400 kmh. Deswegen sind auch die Gewichte so ein bisschen versetzt geklebt. Ja, ja. Jetzt Aerodynamik. Ja, ja. Aerodynamik. Ja, wenn dann der Wind sich ja dritte verwirbelt. Ja, klar. Gut. Ja, also. Hier empfiehlt sich auf jeden Fall eben ein Krockeneisstrahlen. Da habe ich auch schon einen Kollegen hier aus der Region, der sowas beruflich macht. Die hat seine Dienstlichen angeboten. Die werden wir da auf jeden Fall nochmal in Anspruch nehmen. Hier irgendwie. Ansonsten geht das eigentlich. Die Abgasanlagen sollen eigentlich weg. Da wollen wir auch was Schönes aus Edelstahl drunter bauen. Ansonsten geht das eigentlich, he? So, very much schlimm. Sieht das doch gar nicht aus. Der Bremslattel gefällt mir. Der hat einen schönen Look. Also, manche bauen sich ja sowas in die Wohnung, ja? Damit es gar nicht aussieht. Da sieht man halt ab Serie. Ja, wir müssen doch mal gucken. Karsten Korrosion wird dann ins nächste Ebend. Ja, du hast halt jetzt hier oben noch einen Adler. Hast du eine Stelle? Mhm. Ja, das habe ich schon gesehen. Da habe ich schon mal dran gekratzt. Das ist jetzt nicht tiefer geworden. Ja, Problem mit der Tank, sage ich euch jetzt schon. Der ist schon, guck mal hier. Guckst du? Das ist nicht gut. Ja. Da wird nicht lange dicht sein. Da, bald kaputt. Bald kaputt. Das sieht gar nicht so aus. Es wird aber so lange im Fahrzeug verbreitet, wie das Fahrzeug alt ist, oder? Ja. Das täuscht, glaube ich. Das täuscht, glaube ich. Die hat man erst mal gut geflickt auf jeden Fall. Sollen wir hier einen Frost stoppen? Der ist noch gut in Schluss. Oh Gott. Na gut. Dann machst du einen Jummi-Stoppen rein. Jummi-Stoppen? Einen Jummi-Stoppen. Wie sieht die aus? Ja, bitte. Oh ja. Boris. Ich habe vorher gefragt. Boris, hallo. Das muss ja eh gemacht werden. Das ist so ein moderner Schraubendreher. Den drückt sie den Griff rein. Ach ne, das ist so ein Spielzeugmesser. Weißt du, wie früher zu Fasching. Das ist wie für Kinder hier zum Schlag. Das ist so ein Zauber-Schmerz. Ja, ja, ja. Das ist ein Zauber-Schmerz. Ne, pass auf, so hier. Hat man? So hier. Das geht jetzt schief. So hier. Deswegen ist das so einer. Das machst du so raus, dann machst du so. Oh, hier. Überall drin das Ding da. Überall. Hm? Ach ne. Das geht aber auch. Ja, es ist fast nix. Das ist auch kein Loch, das ist nur der Revisionsschacht. Damit du gucken kannst, ob Wasser am Schweller steht. Wie beim Faschungsumzug. Wie immer ganz vorne los. Ja, ja. Das ist schon A-Klasse. Du bist überall durchgekommen. Perfekt. Ja, okay. Du kannst da noch durchgehen. Ja, du kannst da noch durchgehen. Okay. Ne, das ist eigentlich der Wasserablauf am Schweller. Der John hat bloß keine Ahnung. Ach so. Sorry. Ich dachte schon. Ja, ja. Das ist der Wasserablauf am Schweller. So, wie sieht's denn hier drüben aus? Hier ist das Gleiche. Hast du mal hier den Kollegen Zauber? V-AG Zauber. Das Problem ist an diesen V-AG, die passen in jedes Auto. Hier ist noch einer zu Hause. Ja, ja. Hier ist noch einer zu Hause. Gut, gut. Nicht schlecht ist es ja gar nicht. Eines ist klar, Karosserie muss man eh machen. Was möchtest du? Eigentlich brauchen wir ja bloß mal hier die zwei wegmachen. Spachtel? Spachtel ist bei mir im ... Stimmt's, Julian? Ja, ich dachte, die gehört zu mir. Die hat doch einen roten Griff. Wurde zu kaufen, ne? Wurde ich genauso. Ich finde auch die Bremsscheibe, die geht. Damit kannst du noch fahren. Ja. Die wird wieder. Die bremst dich wieder frei. Oh ja, hier. Hast du gesehen hier? Guck, so. So machst du das. Gesehen? Hier fehlt schon eine Ecke. Oder täuscht das? Es ist einfach so, weil hier die Leiste dran fehlt. Kann schon schon sein, ne? Komm, das ist ein Zack zu tun. Was ist denn hier los? Ne, die Frage ist, ich weiß doch nicht, wie es normal hinter der Leiste aussieht. Ne, es sieht genauso aus. Nur, dass es dort nicht rostet. Also ist das so. Aha. Also ein paar Sachen sind auf jeden Fall zu tun. Der Willi legt das mal schnell frei. Und dann gucken wir mal nach. Nicht traurig sein, Leute. Das Video geht gleich weiter. Nur kurze Werbung in unserer eigenen Sache. Und zwar kaufen wir seit geraumer Zeit eure Autos auf aus der Community. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Zusendungen. Wenn ihr Fahrzeuge zum Verkaufen habt oder jemanden kennt, der eins verkaufen möchte, dann kann er das hier auf einem relativ entspannten Weg tun. Schickt uns einfach per WhatsApp hier auf diese Nummer, bekommt ihr für mich relativ zeitnah eine Rückmeldung. Ich brauche von euch einen Kilometerstand, eine Fahrgestellnummer, ein paar Bilder, kurz ein paar Details zum Fahrzeug und eine Preisverstellung. Und wir kaufen noch bis 90.000 Kilometer. Roundabout kaufen wir auf. Mehr geht leider gewährleistenstechnisch nicht mehr. Habt Verständnis dafür. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Guck mal hier. Das sieht aus wie Spritscheiße. Das geht aber noch. Das sieht gar nicht so schlecht aus, Juri. Guck mal. Das geht, Alter. Das geht. Hier oben ist alles noch gut. Siehst du das? Da hinten drin, du. Da sieht es aus wie neu. Da hinten. Wunderbar. Ja, da hinten. Da sieht es aus wie neu. Ja, hier guckst du, ne? Ist das ein bisschen rustig? Ein bisschen rustig. Hast du? Wie ist so? You can look it? Ich guck rein. Ich guck rein. Jetzt müssen wir hier die Rathausstelle eigentlich noch ein bisschen wegbumsen. Wenn man drauf achtet, ist nicht mehr falsch. Ja, wenn man drauf achtet, wird die Aussprache immer besser. Oh, oh. Na ja, komm. Ist alles gut, du. Das ist nicht so schlimm. Das macht unser lieber Boris. Der macht das wieder schicki, schicki. Das ist wirklich lustig. Hier haben wir oben eine wilde Feterscheiße drin. Die Rathäuser sehen aber auch gut aus, ne? Komm, wir lassen noch ein bisschen ab. Oder willst du erst mal wieder reinschrauben? Oder machst du es dann? Mach das mal. Mach ich dann. Wir lassen noch ein kleines bisschen ab. Damit er wirklich schön aussieht, wirst du wohl einen ganz großen Teil lackieren müssen. Ja. Hier. Obwohl, das ist bloß ein Aachenblattchen. Geht eigentlich. Ich möchte mal wissen, wie das Ding aussieht, wenn Stefan da mal Hand angelegt hat. Richtig. Der Radbogen sieht gut aus. Hier gangt auch nichts. Guck mal hier, ne? Typische Stelle eigentlich hier so. Ja, das ist gut. In dem Bereich. Karsten Korrosion auch gerne mal zu Hause. Aber nö, geht. Ja, die Türe kann man retten hier. Wo ist denn mein geiler? Ich klapp den jetzt dort rein. Oh nein. Ne, ich muss ja wissen, was los ist hier. Den kommt morgen wieder anzufangen. Nö, alles gut. Dein Rego mit dem Schraubendreher, das hat er einfach im Griff. Übrigens, das ist kein Schraubenzieher. Er dreht die scheiß Schraube. Der zieht den nicht. Nur mal so am Rand. So. Deswegen finde ich diese Stablampe so geil. Die kann man nämlich überall reinstecken. Und man kann die nämlich auch nicht als Helfer benutzen. Oh. Gut, zum Glück habe ich es kaputt gemacht. Da geht es. Das geht auch. Die kannst du übrigens biegbar. Die Lampen. So, wieder schön. Guckt hier. Rathaus. Hier geht es ein bisschen los, glaube ich. Oder ist das Dreck? Ja, hier kann man ein bisschen was machen. Aber ansonsten im Großen und Ganzen. Du, ganz ehrlich. Toll! Läuft? Ja, läuft. Auf die Türkanten gehen. Hier ist ein bisschen Moos. Das ist normal. Kufst du mit. Ohne Moos. Ist nichts los. Sieht gut aus. Hier. Das haben wir ja gesehen bei Kauf. Super. Also wirklich jetzt. Also ohne Scheiß. Findest du? Findest du? Also ich sag mal ganz ehrlich. Pass auf. Spitze! Gut, Freunde der Nacht. Willi danke. Gar kein Problem. Für deinen Support. Dafür arbeite ich hier. Dafür ist er hier. Um was zu lernen. Willi sind nämlich deswegen hier. Weil du an solchen Scheiß, auch an solchen und anderen verrückten Zeug rumschrauben kannst. Ja und vor allem weil es eben Freude bringt. Es bringt ihm Freude. Super. Das ist natürlich schön zu hören. Das freut mich natürlich auch sehr. Wenn er es sich freut, freue ich mich auch. An der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst ja was zu tun ist. Gut, Freunde. Der Stefan macht das Ding jetzt mal richtig schön sauber. Dann planten wir die Bilder rein und ich bin so gespannt. Also nur erstmal außen. Komplett. Eben mal komplett runter waschen. Eben mal drüber poliert. Falken sauer machen. Ich bin gespannt, oder? Wie das dann aussieht, oder? Was denkt ihr? Wird richtig ballern. Bis zum nächsten Video dann. Wenn ihr noch mehr sehen wollt vom 7er BMW. Also sprich wie wir das Ding sanieren. Zerpflücken. Lackieren im Zweifel. Innenausstand und fit machen. Technisch fit bekommen. Kommentarwerk. Auspuff. Dies, das. Ananas. Felge. Dann lasst es gerne uns wissen in den Kommentaren. Uns zu Teil werden. Würde uns natürlich riesig freuen, wenn ihr das ganze ein bisschen support mäßig unterstützen. Das Video gut läuft. Weil da haben wir alle Freude dran. Ziel ist es aber, dass das Ding cool weitestgehend original dasteht. Also sprich ein bisschen tiefer. Bisschen Sound. Aber ansonsten optisch. Serie. Und dann freue ich mich. Dann könnt ihr mir am Abend winken, wenn ihr wollt. Und dann wicke ich so zurück wie die Queen. Okay. Gut. Bis dann. Tschüss. 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 Soll ich mich da einpacken, Johann? Soll ich mich da einpacken? Hat der Ihnen da ein Ei gelegt? Warum steht die Tür offen? Ja, das mache ich immer so. Oh, das ist das Warnsignal. Geh bloß jetzt nicht rein. Uiuiuiuiuiuiui. Ich fülle gerne aus, bitte. Ich gehe jetzt hier rein und gehe heulen. Ja. Hallo? Hallo? Okay. Achso, das ist das Loch für die BMW-Fahrer. Das ist das geheim ominöse Loch, worüber jeder redet. Ja. Ja. Also wenn der Typ wieder am Wochenende unter dem BMW liegt, kannst du viele Gründe haben. Und für die? Mit etwas... Ausgedreht. Ja. Da du mein lieber Scholli. Da geht er los.